Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dead by Taylor. Hihihi, ich nehm einfach auf. Hallo. Die Leute wissen, wo sie draufgeklickt haben, aber erzähl das doch nicht jedes Mal. Hm. 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 Wir haben heute jemand Neues, möchte sich diese Person mit Pronomen einmal vorstellen. Sag bloß nix Falsches. Mein Pronomen ist ein Gummiboot. Gummiboot-Cabin. Ein E-Dannis. Twitch oder was? Was? YouTube. Hä? YouTube. Live. Nein. Nee. Dafür ist mein Internet zu schlecht. Hm. Ich muss alles auf Band aufnehmen und dann muss ich es digitalisieren mit einem Videorekorder, der im Bildschirm abfilmen. Ja, genau. Gibt mal nen Namen. Nee, ich muss quasi ne Kamera an den Bildschirm stellen und das den Bildschirm aufnehmen. Während das Video... Oh neee. Ja. Was ist das denn hier? Ist das kacke? Oder was? Hm. Ja. Muss ich erst mal gucken. Ich auch. Ich hab wollte es gerade sagen. Muss erst mal gucken, was ich hier so kann. Ich hab die Steuerung auf verloren. Ich hab nicht. Keine Sorgen. Ich werd euch... Wie viele Spielst du denn? Ah, okay. Ja, ich hab schon. Hä? Wo bist du jetzt? Ey, dein Ernst wird jetzt... Mach da. Ich hör ja gar nicht. Ich kann mich nicht enthüllen. Wer ist dann? Aber enthüllt die... Ficke sich nicht. Ah, jetzt. Ach, fick doch deine Uhrenmutter, Alter. Ich hör deine Stöckelschuhe da. Aua. Also ich hab keine Ahnung. Komm hier hin. Ich muss mit dir reden. Du hast dann verloren. Das ist ja aber schon irgendwie nice. Ach, das ist doch Ficke. Ah, ihr hört mich gar nicht, ne? Meine Glocke. Nee. Aber hast du die stumm gestellt, sag aber. Ah, nee, hab ich nicht. Hör doch, ey. Nee, nee, nee. Na? Ich will doch wissen, wann ich angerufen werde. Was ist denn hier irgendwas, Alter? Wißt du, ich hab auch noch nichts gefunden. Außer der ist jetzt... Kannst du nicht mal jemand anders suchen jetzt? Würde ich ja gerne, aber was bist du denn hier, Alter? Ja, du hast mich doch verloren gehabt. Ja. Ja. Warum bist du so doof und lässt dich wiederfinden? Das ist doch eigentlich jemand anders. Ja, ich bin einfach so... Ja, kann ich doch nichts zu. Du bist doch weitergelaufen eigentlich. Geh doch einfach nach draußen. Lass doch die anderen im Stich. Ist doch egal. Ah. Nee, hör auf. Die sind neu. Ja? Ja. Egal. Oh, nee, geh mir aus dem Licht. Wer denn? Soll ich dir aus dem Licht gehen, oder was? Aus dem Licht raus. Aus dem Licht rein. Was ist denn hier eigentlich? Was ist denn hier? Was habt ihr denn hier gemacht? Ich kann die Steuerung nicht mehr. Nee. Oh, bitte schon. Ah. 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 Nee. Hi, Kevin. Lass dich mal schlagen. Oh, nein. Geh weg. Nee. Will ich aber nicht. Das ist aber furchtbar. Was denn? Schlagen zu werden? Ich hab hier... Nee. Ich hab hier aber auch nichts hin. Kevin, ich weiß nicht, warum. Na. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Äh. Ich muss erst mal gucken, wie ich dich aufhebe. So. Kevin, kannst du mir sagen, wo ein Haken ist? Nein. Das hab ich leider vergessen. Das sind keine Haken. Oh, ich glaub, du hast Glück. Du kannst mich nochmal zurück zu meinem Generator bringen. Ich würd den gern fertig machen. Der war schon drei, vier. Hätt ich gemacht, aber du bist ja am Wiggeln. Kann ich nicht verantworten. No. Ich hab mich nicht mehr. Oh Gott. Wieso denn? Hallo? Komm mal her. Oh, ich hör doch nix. Was? Siehst du nix? Du hörst doch nix. Warum hörst du nix? Ich hörst dir nix. Warum hörst du nix? Ich hör doch mal spielen, Ed. Warum nicht? Ja, weil ich doch im Discord bin. Ja, kann man doch trotzdem das Spiel über den Fernseher laufen lassen, oder nicht? Ja, das ist doch viel zu leise. Hör auf dem, Kevin, das zu sagen. Wer darf nicht wissen, dass ich komme? Nur du darfst dem sagen, dass er kommt. Nee, warte mal. Ich will das Spiel auch nicht zu laut machen, weil dann hört ihr das ja. Da musst du dir aber hart lieber nachdenken. Da kommst du. Wo bist du? Oh, ich bin hängen geblieben. Das wusste ich. Ja, das stimmt. Ach, Kevin, du darfst das gar nix sagen. Hier ist ja ne scheiß Palette, was soll die Ficke? Ja, da ist ne Palette, ja. Hier musst du vielleicht erst wegmachen. Lass mich. Palette hauen, dann bringt ihr das alles. Du musst vielleicht mal Gara Toren machen, okay? Ah, tut mir leid. Magst du mich heilen? Magst du mich ja noch heilen? Vielleicht sollte es nicht. Ja, komm her. Geil. Hallo. Hallo. Hör mal mit. Oh, ich brüte. Ich hab was Schönes. Macht ihr dann mal Gens? Wäre ganz nice so. Gen Z's. Hör mal auf. Händler. Ich töte euch alle. Ich will den Generator kaputt machen. Es geht aber nicht. Ja. Was ist zurück? So. Ich stehe zum Knacken. Ich weg. Hey. Sag mal, hier ist doch jemand dran. Ich weiß gar nicht, wo du hängst. Hier ist doch jemand am Gen gewesen. Ja, jetzt kann ich das auch noch machen. Hier macht das schon. Am Gen gewesen. Ach du Scheiße. Hallo. Hier habe ich mich erschreckt. Übel. Richtig übel. Ich höre zum Beispiel nett. Ich habe dich überhaupt nicht kommen hören, ey. Ich bin ja auch leise wie ein... Saxophon. Ein stiller Pups. Und stinke genauso streng. Na, lecker. Mach den Gen. Mach den Gen. Er macht den Gen. Da hinten war, glaube ich, weiter. Mach den Gen mal nicht. Das ist tödlich. Gens sind tödlich. Das war daneben. Kevin, du musst hier an der Kino-Kasse bezahlen. Ich bin da daneben. Mach mal jetzt hier wieder den Scheiß. Warum rennst du so schnell? Ich bin hier der Killer. Ich mache schon. Ist gut. Ah ja, okay. Alter. Alter, klappt. Verdächtig gut. Ja. Aber nicht schnell. Warno. Was, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Nee. Jetzt will ich weglaufen. Aber was mache ich denn immer? Ja, Kevin. Das hat gerade gut geklappt. Sag doch mal jetzt. Kriegst du die Taste nicht? Nee. Doch, aber... Die wollte nicht. Kevin schreit. Ey. Also heute, ne? Der kommt. Ah, nee. Ach, du bist hier. Ich wäre jetzt weitergelaufen, wenn du denn auch der Hänge sagt hättest. Haha. Nee, keine Generatoren machen. Nee. Nee. Ich habe die extra ausgemacht. Muss ich rumsparen. Meint ich aber auch. Nicht die Leute abhängen. Die sind doch nicht trocken. Nicht trocken. Caro, macht ihr das immer am Haken? Ey, das ist doch doof. Du bist doof. Wenn die Killern nicht zurückgehen zum Haken, dann geht das schon. Ich gehe zum Haken zurück. Ich gehe zum Haken zurück. Bleiben Sie einmal bitte stehen, junge Dame. Ach, nee, nicht. Nicht. Das wird... Oh Gott. Die kenne ich schon, die alten... Oh, jetzt schon wieder, dann nenne ich sie. Ja. Dich hole ich mir, glaube ich, zuletzt. Wenn du schaffst. Der kommt, der kommt, der kommt. Du, der nicht. Der ist schon... Haltst du mich bitte? Ja, komm hier hin. Jetzt kommt er aber. Nee. Du bist auf Arsch weit weg. Doch, ich höre es. Ja, ich höre auch. Du darfst aufgehen, danke. Fick deine Mutter, Alter. Nicht dein Ernst. Hä? Wo bist du? Ah, da bist du nicht da. Ach, da bist du nicht da. Ach, da bist du nicht da. Ich bin extra so übelig. Nö. Dazu steht nicht. Das macht keinen Spaß. Was ist denn da passiert? Ich habe die selig. Nein, tust du nicht. Ich bin gut versteckt. Lass mich los. Ich war fast geheilt. Nee. Dir kann keiner mehr helfen. Tschüss. Nein. So, Leute. Jetzt sind wir nur noch zwei. Was ist denn hier eigentlich? Was ist denn hier um der Ecke? Nix. Hier hinten ist es aber um der Ecke. Ach, komm. Okay. Ach du, hier mit deinen... Ah, diese Paletten. Die funktionieren bei mir auch nie. Hier hast du noch einen übersehen. Ja, ich habe ja auch Bestand. Kann ja zurücklaufen, siehst du. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Hast du aber Glück. Daneben schlägt es ja. Irgendwann sind keine Paletten mehr da. Wirklich wann, ja. Ja, zum Beispiel auch noch eine. Boah, da habe ich aber die Maus verzogen nur. Deswegen lebst du noch. Ja. Gut. Wie er ist einfach weggelaufen ist. Na, ist er doch. Hallo. Nicht fragen, ne. Wenn du unsichtbar bist, das weiß ich. Was ist denn jetzt? Das ist doch nicht wahr, hey. Das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Okay, schon. Ich muss wieder mit Headern spielen. Oh Gott, Alter. Ich habe dich gesehen. Ne. Was ist denn jetzt? Oh nein. Hi. Ne. Was seid ihr denn alle so schnell? Warum rennt ihr vor mir weg? Oh, what? Voll in die Presse. Teil. Ist das, äh, hat es nicht schön. Das war verdient. Warum? Nur weil du tot bist. Ja. Mein Geist ist langsam. Weil du Killer bist. Ja, in mehrerlei Hinsicht. Oh, okay. Da habe ich gerade wirklich langsam. Ja, ich... Du verlierst da eine kleine Flüssigkeit. Eine kleine vor allem. Nein, nein. Du irrst dich. Nein, nein. Das kann gar nicht sein. Ich lasse dich am Leben, wenn du mir verrätst. Oha. Ja. Kann ich dich gar nicht sehen. Was verrätst du mir denn? Ne, du sollst mir verraten. Du sollst mir verraten, wo... Ja. Wo mein Schlüssel liegt. Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich die liegt. Das ist jetzt schlecht. Ist okay. Der Wege hat geklingelt. Rieck dich doch. Ich muss dich, glaube ich, jetzt leider aufhängen. Du hinkst ja auch noch nicht. Manno. Ja, ja, einmal. Echt? Ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Ich kann das aber leider. Stimmt, du hinkst schon mal. Du hast recht. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich bin ja schon geneigt zu campen, aber ich lasse es. Oder lasse ich es nicht? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es niemals erfahren. Bist du eine drängelische Schimmler? Ich habe mich verlaufen. Ich würde doch niemals schimmeln. Nein. Nein. Rips. Spare Rips. Das ist der Generator. Der gehört mir. Scheiße. So, jetzt. Gibt ja noch genügend andere. Quietscht die denn was? Mannu. Was? Ich fühle mich gerade wie so ein richtiger Anfänger, dass ich so schnell draufgegangen bin, wenn ich mir das so ankomme. Ich hänge hier fest. Ich fühle mich auch wie ein Anhänger. Ich bleibe wie ein Anhänger. Wie ein Anhänger. Wo hängst du denn? Wo hängst du denn? Das ist wirklich so? Ist das wirklich so? Ich bleib immer überall hängen. vor allen dingen weil ich hab noch nicht mal deswegen gesagt ach so war ein blöder zufall ja das war ja schön aber jetzt kommt natürlich jemand aries noch russ kommt jetzt noch die russ die findet jetzt die luke und kommt die russ ich bin leise vielleicht finde ich sie ja vorher luke ich gebe dir ein bonbon wenn du dich verrät wo ist die scheisse da liegt eine leise sabrina hast du gelingen ups scheiße ich bin jetzt bestimmt am falschen das ist alles nicht mehr schön das ist wirklich nicht schön nee das gefällt mir nicht mir schon hallo in ernst jetzt ja alter ich glaube das wird spannend ja hammer oh gott warum kriege ich dich denn einfach nicht du spielst zu viel computer neee du schlägst viel zu früh ja ich weiß ja ich weiß jetzt aber nicht gebt ihm auch keine hilfe als wüsste ich das nicht haa neee wieso oh gott kommst du nicht raus haa aber die kriegst du auch nicht ne das wahrscheinlich nicht aber die kriegst du auch nicht oh gott ich will dich kriegen das ist auch so spannend für mich scheiße aber sehr gut gespielt aber sehr gut gespielt ich kann nicht mal mein dad benutzen du hast dich einmal gehängt das geht ja wohl gar nicht doch einmal echt hab ich dich einmal gehängt haa ja 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 siehst du das nicht doch achso ne ich seh das nicht Ella sieht das nicht ne ah du siehst halt deine striche so gesehen ne wie viele jaja ahja stimmt achso ja ganz nass ja ganz nass achja machen wir jetzt irgendeine Reihenfolge oder ja klar irgendeine Reihenfolge ja aber welche das ist die Frage ich will kein Überlebender sein ich bin schlecht ich bin als Killer schlecht ich bin aber auch als Überlebender schlecht ja ist doch egal entscheidet euch Leute also ich kann gerne nochmal Überlebender spielen ja ich auch dann mach ich auch dann mach ich auch ok mh ich wollte mal grad noch nach einer anderen Fähigkeit gucken ne ich gucke auch mal ja gerade ja ja oh ich muss mich ja bestimmt auch wieder ausrüsten wo bin ich denn hä was ist da da her ja 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 hallo ja 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 moin was geht ab krasser shit jo wie geht nochmal in die Steuerung ah Entschuldigung so warum rennt ihr denn so wieso denn du renn so hast du das denn gemacht ja jetzt war das nö 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 ich renne gar nicht Kevin was bist du für ein Killer das geht dich gar nix an ich mein dir das kannst du aber rennen ne hä sind die keine Generatoren da wo ich eben Killer war da sind keine Generatoren das stimmt ah wir haben Ruinen habt ihr gar nicht nein feg deine Mutter in den Arm ei ah ich verstehe warte mal was wir haben dann wieder die Generatoren gesperrt oh nö ach hab ich gar nix haste haste mal diese unge Lüge hier haste voll erwischt Lügen alles Lügen Lügenpresse echt der Kevin ist bestimmt wir hatten da schon ne Palette umgeworfen ich war doch nicht mal in der Nähe bestimmt Sabrina oh dat waren dat war nix das war nix alter das geht doch nicht bleib doch mal stehen hier was ist das denn hier mit den scheiß Generatoren oh Gott hat er gefurzt hä wie wie hast du gefurzt was ich ja 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 das macht die immer ja das sind angstfürze ja genau knall angehört hallo ich wollte dich eigentlich hauen was macht ihr eigentlich keiner macht Gens aus ja ich suche jetzt aber ich hab ja noch keinen gefunden der eh war gesperrt ich hab schon angefangen in den Räumen ach dann war ich eben an deinem gen ja ja ich hab auch erst mal angefangen ja das dachte ich mir irgendwie auch schon und da hatte ich keine Lust mehr dann hab ich was anderes gehört welcher Killer ist der Kevin? äh äh hier der komische von Silent Hill dieser äh Pyramid ach stimmt ja Pyramidenschädel ja man Lüger weine nicht der Schuh wieder ey und das in diesem kleinen Raum hier jetzt find ich mir halt auch ich find das lustig ich bin ja so ein Anti-Raucher ne aber mein Typ der raucht das ist voll lustig ja ich find das auch recht ironisch hallo bleiben sie stehen ich möchte mit ihnen über Gott sprechen äh let's talk about our lord doch lass mal doch ne ne doch möcht ich aber nicht aber Gott möchte es ich hasse mein Leben bleib stehen Gott möchte es Fresse Fresse Junge huiii warte das muss ich nochmal testen haaa krasser shit ich mag ihn ich mochte ihn das letzte Mal schon stimmt doch gar nicht hast gesagt der ist scheiße Ne, von Nemesis war ich nicht so begeistert Ne, du hast gesagt, er ist schade Von seinem langen Dödel, den er überall durch die Gegend klatschen kann Kevin ist ein bisschen neidisch, wa? Ja, vielleicht Dieses Geschrei hier Dieser Irrenstalt Ist er noch? Kevin Bin ich nicht Bist du ne kleine, dreckige Camper-Sau Ich bin immer weggegangen Ne, ich hab den Jenny händen getreten, weil hier auch gerade einer war Und dann hab ich dir gesucht Und dann dachte ich, mir suche ich mal Wieso trittst du denn? Ich hab mich gefunden Ich meine, wenn man sich gerade umdreht Und hier schon dahin rennt Braucht man sich nicht wundern, dass man wieder zurückkommt Das hab dir das letzte Mal gemacht Ich dachte, du kommst von woanders Nein Ich hab den Jenny händen getreten, aber Das war richtig schlecht Oh, oh shit Oh Für diesen Move mag ich ihn Hörst du weinen? Oh Gott Oh, ich bin die Ach, schade, ich dachte, du bist im Körper Was machst du denn da? Ne Kevin, da war doch Sabrina Hast du die nicht gesehen? Geht? Nein Ach, hey Warte, wo war die? Ja, da zurück Hä, wieso sagst du dem das? Richtiger Kacke Der war, du warst doch schon lange nicht mehr Wo war ich lange nicht mehr? Nein, der meint mich Nein, ich mein Kevin Ja Sag doch, ich bin schlecht Alles muss man wieder selber machen Nein, von mir Komm zu mir Oh Gott Nein Niemand heilt mich Neee Ach so Ich war's nicht Der will nicht, das hat er dich Mhm Ne, war ich ja wirklich nicht Nur wegen China will ich da mal suchen Willst du mich verarschen? Das ist nicht wahr, du hast dein Jenny verkackt Ich hab dich gesehen Ach so, ich muss ja Ich hab dich gesehen Ach so, ich muss ja Verdammt, was mach ich da? Ich wollte das tun Ich wollte nur sagen, bei mir haben wir das nicht geschafft, Generatoren aufzumachen NIE NIE Kevin ist schlecht Kevin, du bist denn jetzt gerade eigentlich? Ich hab sogar einen Generator gemacht Hm? Wo bist du denn? Das geht dich nichts an Kevin, du bist denn jetzt gerade eigentlich? Ich wollte zu dir kommen Nein Warum willst du nicht, dass ich zu dir komme? Alter, bin ich dumm, ich hör dich doch Hä? Oh Danke Mhm Menno Mach mein Tor auf Nö 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 Ich bin irgendwo in der Mitte Ich weiß gar nicht, wo sind denn die? Wo sind denn die? Die Tore? Ja, du machst doch gerade einen auf, oder nicht? Oh mein Gott! Oh Sabrina Oh ne Du musst laufen! Geh raus! Hi Kevin, ciao Kevin Ich muss raus, tschüss Das war mal schlecht, Kevin Aber Das war knapp Hm Ja Da hab ich schon ein bisschen Angst Ich find das halt cool, dass der eigentlich so blank ziehen kann Blank ziehen? Blank ziehen? Mhm Blank ziehen? Wir beide wieder Ja Das war ja ein schnelles Mysterium, du Arsch Ja, das ist richtig Ja Du Arsch Klar Das war von der DVD-Folge Was? War das zu Ende oder was? Ja, immer zwei Ründchen Sonst gucken die Leute da nicht Ründchen? Weiß nicht, ob die Leute da überhaupt gucken Komm, dauert noch Bis Erstmal muss TTT laufen Am Sonntag Kommt glaub ich die erste TTT-Folge von uns vielen Nochmal Ah Ja Also dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Hallo Buh Buh